Tag zusammen. Letzte Runde zum Thema Vererbungen. Wir unterhalten uns über Laufzeitpolymorphie. Polymorphie hatten wir doch schon mal, oder? Ja, das war Compilezeitpolymorphie und da ging es darum, dass Sie ein und dieselbe Methode oder Funktion in C++ für unterschiedliche Parameter implementieren können. Das Ding heißt gleich im C++-Code, aber dadurch, dass es unterschiedliche Parameter hat oder aufnimmt, können Sie beispielsweise unterschiedliche Dinge ausgeben, wenn Sie eine Printfunktion haben. Da können Sie dann Integer reinschmeißen, da können Sie Floats reinschmeißen, da können Sie Studenten reinschmeißen, wenn Sie die passende Implementierung dafür haben und wenn es eine Funktion gibt, die diese Parameter aufnimmt. Und alle diese Printfunktionen können das dann auf Ihre Art und Weise machen, wie es eben für den Datentyp, der da oder für den Wert, der da als Parameter reinkommt, eben passt. Wer löst das auf? Der Compiler und das war deshalb Compilezeitpolymorphie. Jetzt gucken wir uns was an, was zur Laufzeit diese Umschaltung vornimmt. Und da geht es nicht über die Parameter, sondern da geht es dann tatsächlich über das, was vor dem Punkt steht und wo dann nachher eine Methode drauf aufgerufen wird. Aber das gucken wir uns an. So eine Klassenhierarchie haben Sie schon mal gesehen in dem Beispiel mit Person, Student und Student in Program. Da gab es eine Stringmethode, damit konnten wir was ausgeben. Hier machen wir es noch ein Stück einfacher oder noch ein Stück basaler. Wir haben lediglich drei Klassen. Von der ersten leitet die zweite ab und von der zweiten leitet die dritte ab. Und es gibt eine Printmethode, die einfach nur Bescheid sagt, welche Klasse ist es. Dennoch, die Printmethode überschreibt die Methode in der Basisklasse, also die jeweilige Printmethode überschreibt die Printmethode in der Basisklasse durch speziellere Funktionalität, die dann eben zu der Klasse passt. Da ist nicht viel dran, aber das kann als Beispiel dienen. Dann können wir ja auf die Idee kommen und sagen, wir erstellen uns zwei Fuß hier oben, wir erstellen uns zwei Bars und wir erstellen uns zwei Instanzen der Klasse Bars. Und alles wollen wir ausgeben. Wir fangen mit den beiden Fuß an, dann kommen die beiden Bars und dann kommen die beiden Bars. Was ist die Ausgabe? Klar, das hier. Sollte wenig verwundern, oder? Okay. Da das ja alles hier Fuß sind, hatte ich Ihnen ja erzählt, durch die Vererbung habe ich hier in Bar nicht nur ein Fuß zur Verfügung. Ich kann davon ausgehen, dass Bar tatsächlich ein Fuß ist. Und mit der Denkweise kann ich ja auf die Idee kommen und sagen, prima, ich baue mir einen Container, zur Erinnerung, dynamisches Array, von Fuß. Hier heißt dann auch Container. Und in diesen Container schmeiße ich dann ein neues Fu, ein neues Fu, ein neues Bar, ein neues Bar, ein neues Bars und ein neues Bars rein. Und dann liegen die da drin und sind ja alles Fuß, das wird ja klappen und dann kann ich ja mit einer Schleife über diesen Container mir die Elemente rausholen und dann gibt es ja das schöne Autoschlüsselwort. Ich brauche mich ja gar nicht darum zu kümmern, was ich da für ein Typ rauskriege. Also kann ich mir ein automatisch betyptes, in Anführungszeichen, Element daraus holen. Ja, genau genommen, konstante Referenz darauf. Und dann kann ich dem Element hier sagen, Print. Was werden Sie sehen? Das hier. Ja, das geht durch den Compiler so durch und das kompiliert auch und ich kriege diese Ausgabe. Warum kriege ich diese Ausgabe? Weil ich hier tatsächlich Fu-Instanzen reingeworfen habe und gar keine Bar-Instanz mehr. Ich habe also aus der Bar-Instanz eine Fu-Instanz gemacht. Ja, das geht. Die Fu-Instanz liegt ja in der Bar-Instanz drin, als Instanz der Basisklasse ganz vorne. Ja, aber dadurch, dass das alles Fu sind, kriege ich hier natürlich auch nur das Print der Fu-Klasse mit. Ja, es passiert sogar noch was. Dadurch, dass ich dem Container hier sage, ihr seid alle Fuß, schneidet der mir tatsächlich hinten die Daten, die dann in Bar eventuell drinstehen oder sogar die Daten, die in Bar drinstehen, ab. Und ich kriege da tatsächlich nur immer den Fu-Teil reingelegt. Auch das ist blöd. Hier bei dem Beispiel sehe ich das nicht, aber das passiert tatsächlich. Wenn ich das weiß, würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen, hier Fuß reinzulegen, sondern zu sagen, komm, der Container speichert nur Zeiger, die sind alle gleich groß. Im Speicher liegt dann ohnehin irgendwo an der passenden Stelle das, was ich haben möchte. Dann bleiben die Daten alle erhalten. Ja, machen wir uns doch einen Container über Fu-Zeiger. Legen uns dann jeweils Fuß, Bars und Barzer an. Hier kommt jetzt tatsächlich mal was, was ich Ihnen bisher noch gar nicht erzählt habe. Dieses New legt Ihnen auf dem Freispeicher eine neue Instanz an und liefert Ihnen den Zeiger darauf zurück. Wer sich an C noch erinnert, das war ein Malloc. Das Gegenstück zu einem Malloc in C war ein Free. Hier heißt das Gegenstück zu einem New tatsächlich Delete. Also Malloc und Free ist das C-Äquivalent zu New und Delete in C++. Aber das gucken Sie sich bitte auch nochmal selber an. Wichtig hier für dieses Beispiel ist, Sie legen sich irgendwo im Speicher ein Fu an und durch das New davor passiert das tatsächlich irgendwo im Speicher und Sie kriegen lediglich den Zeiger darauf zurück. Aber nicht wie bei Malloc als Void-Pointer, sondern tatsächlich schon als Zeiger auf Fu. Das gleiche passiert hier für Bar und das gleiche passiert hier für Bars. Und es ist kein Problem, einen abgeleiteten Zeiger oder genauer gesagt einen Zeiger auf eine abgeleitete Klasse in einen Zeiger auf die Basisklasseninstanz oder auf die Basisklasse automatisch casten zu lassen oder konvertieren zu lassen. Das geht. Also kann ich diese Adressen, die ich hier rauskriege oder diese Zeiger, die ich hier rauskriege, alle in einen Container über Basisklassenzeiger reinpacken. Na ja, dann kann ich wieder die Schleife hier unten machen, mir die Basisklassenzeiger hier tatsächlich auch Zeiger auf konstante Basisklassen rausholen und mir die ausgeben lassen hier mit dem Print. Auch das geht tatsächlich durch den Compiler durch. Das kann ich hier schon verraten. Frage wieder an Sie. Was ist die Ausgabe? Immer noch. Nur Fu. Warum? Weil ich hier tatsächlich wieder nur Zeiger auf Objekte der Basisklasse rauskriege. Warum? Weil der Container das so sagt. Der Container geht ja nur über Zeiger der Basisklasse. Und die Basisklasse hat nun mal eine Print-Funktion, die das Fu ausgibt. Damit das, was ich hier vorhabe, tatsächlich funktioniert, muss ich mir die Print-Methode als sogenannte virtuelle Funktion anlegen. Und das geht so. Ich schreibe nicht mehr nur VoidPrint, in dem Fall Konst, und packe dann die Implementierung dahinter, wenn ich es inline haben möchte, oder verschiebe diese Implementierung dann in die Quelltextdatei, die die Definition übernimmt. Und zusätzlich schreibe ich noch das Virtual-Schlüsselwort davor, in der Basisklasse. In den abgeleiteten Klassen kann ich das Virtual davor schreiben, wenn ich es dokumentieren möchte. Ich muss es nicht mehr davor schreiben. Seit C++11 kann ich dahinter sogar noch ein Override schreiben, also hinter das Konst, um zu signalisieren, dass ich überschrieben habe. Dass ich hier tatsächlich die Print-Methode aus Fu mit eigener Implementierung überschreibe. Was das macht, dieses Override, was das dem Compiler signalisiert, gucken wir uns später nochmal an. Und wer jetzt so ein ganz kleines bisschen stilistisch noch pingelig ist, der wird sagen, naja, Virtual und Override brauche ich nicht beides. Ist völlig richtig. Wenn ich hier hinten Override schreibe, sollte ich, um Verwirrung vorzubeugen, das Virtual vorne auch weglassen. Denn dieses Override enthält automatisch das Virtual. Ganz genau genommen brauche ich dieses Virtual überhaupt nicht, weil einmal Virtual bleibt Virtual. So, das ist der einzige Unterschied zu der Folie vorhin. Hier steht immer noch ein Virtual davor. Und nur allein aufgrund dessen, aufgrund dieses Virtual-Schlüssel-Worts und natürlich aufgrund der Tatsache, dass dadurch dieses Print zu einer virtuellen Methode geworden ist, funktioniert das auf einmal. An dem Code hat sich nichts geändert. Die Ausgabe ist aber diese hier. Zweimal Fu, zweimal Bar, zweimal Barz. Aber warum? Es ist doch immer noch ein Zeiger auf die Fu-Basis-Klasse hier drin. Ich habe mir nach wie vor auf dem Freispeicher Objekte in der richtigen Klasse oder von der richtigen Klasse angelegt, mir die Adressen oder die Zeiger darauf zurückgeben lassen und die dann in den Container gestopft und kriege doch dann hier über dieses Auto doch auch nur den Fu-Zeiger raus, weil was anderes kann der Compiler ja nicht machen. Der guckt einfach rein, das ist ein Container, das ist der Container mit Namen-Container. Das ist der hier, der enthält Elemente, die alle Fu-Pointer sind. Also ist dieses Auto, das hat einen Stern dahinter, also ist dieses Auto lediglich ein Fu. Der Stern steht ja da schon, also kriege ich hier Elements, die dann Fu-Pointer sind. Naja, und ich mache sie noch konstant. Das weiß der Compiler. Ja, also wird der doch hier auch Fu-Pointer in der Hand haben und dann sagen wir, wenn ich das hier mit dem Pfeilelement Zugriff auf ein durch Zeiger bezeichnetes Objekt auflöse, dann ist das doch die Print-Methode aus Fu. Und dann müsste ich doch eigentlich hier Fu sehen, klar sehe ich auch, aber müsste ich doch hier genauso Fu sehen. Ich habe doch hier nichts geändert. Warum hilft mir das Virtual? Ja, das ist wirklich das Virtual, was mir dabei hilft, die Funktionsauflösung korrekt zu machen. Also tatsächlich dahin aufzulösen, in die Klasse, die das Objekt dann auch tatsächlich ist. Und das, obwohl die Objektadresse als Basisklassenzeiger vorliegt. Das gucken wir uns jetzt über die Definition an, worum das geht. Eine virtuelle Funktion oder virtuelle Methode, virtuelle Member-Funktion. Eine mit der Spezifikation Virtual deklarierte Member-Funktion wird dann virtuelle Funktion genannt. In Verbindung mit Zeigern und jetzt wichtig, oder Referenzen, also es geht tatsächlich an beiden Stellen, wird zur Laufzeit entschieden, welchen Typ das bezeichnete Objekt tatsächlich hat. So wird bei deren Aufruf die passende, überladene Funktion verwendet. Und dieses ganze Konzept nennt sich Laufzeitpolymorphie. Das ist jetzt nicht speziell für C++, das ist speziell für objektorientierte Sprachen und ist im Endeffekt genau das, was Strauss-Trupp in seinem Zitat am Anfang meinte. Diese speziellen Charakteristika nutze ich hier jetzt aus. Wer mitgelesen hat, wird merken, ich habe was unterschlagen, nämlich zum Beispiel über die V-Table. Und das ist eine Tabelle, die bei C++ tatsächlich verwendet wird, die aber auch in anderen Sprachen verwendet wird. Aber bei C++ ist es ja das, worüber wir uns hier unterhalten in diesem Semester. Und diese V-Table speichert jetzt, wo die Methoden einer Instanz dann tatsächlich liegen. Und das kann man sich jetzt grob, ohne dass wir jetzt tatsächlich zu weit in die Details runtergehen, dann müssten wir uns den Assembler-Code angucken, kann man sich so vorstellen, dass für jede Instanz, die Sie sich anlegen, also für die Foo-Instanz, für die Bar-Instanz und für die Barz-Instanz, nochmal auf eine Tabelle gezeigt wird oder in dieser Instanz eine Info enthalten ist, wo liegt diese V-Table. Diese V-Table gibt es dann für Foo, für Bar und für Barz. Und da stehen sämtliche Methoden, Namen in Anführungszeichen drin, sodass dann zur Laufzeit nachgeguckt werden kann, welche Methode muss ich denn jetzt tatsächlich nehmen. Klar, der Name ist logisch, der Name ist vorgegeben, aber welche Implementierung nehme ich? Das heißt, ich gehe nicht direkt beim Funktionsaufruf oder beim Methodenaufruf in die Methode und springe da direkt hin. Ich nehme diesen Umweg über die V-Table, ich habe einen Methodenaufruf, dann gucke ich in der V-Table nach, welche Methode muss ich nehmen, um dann da hinzuspringen. Also, Sie können sich das als Lookup-Table vorstellen oder als, ja, es wird irgendwie verdrahtet, vorstellen, das Bild passt eigentlich ganz gut. Eine in der Basisklasse als virtual deklarierte Funktion, das hatte ich gerade eben auch schon mal erwähnt, ist dann automatisch in allen abgeleiteten Klassen virtuell. Wichtig dabei, wenn ich das mache, Parameter und Rückgabetyp dürfen sich bei der Vererbung nicht ändern. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, aber die Funktions- oder Methodensignatur enthielt ja nur die Parameter. Ja, aber damit das mit der Vererbung und den virtuellen Funktionen über so etwas wie eine V-Table funktioniert, muss der Rückgabetyp auch übereinstimmen. Ansonsten würde das tatsächlich nachher objektcode-seitig, also tatsächlich auf dem Prozessor, nicht mehr funktionieren, weil die unterschiedlichen Datentypen anders abgelegt werden. Und dann ist es eben nicht mehr sauber aufzulösen, wie Sie dann aus der Funktion, aus der Methode wieder zurück rauskommen. Ab C++11 haben Sie die Override-Spezifikation, die Sie schon gesehen haben, die Ihnen genau das hier kontrolliert. Die ist für die Funktionalität eigentlich vollkommen unerheblich. Die hilft aber dem Compiler tatsächlich zu verstehen, was Sie beabsichtigen. Und dann hilft der Compiler wiederum, Ihnen sicherzustellen, dass Sie das Richtige machen und Ihnen auf die Finger zu hauen, wenn dabei was schief geht. Seit C++11 gibt es noch was. Die Final-Spezifikation verbietet weitere Überschreibungen bei der Ableitung. Auch da hilft Ihnen wieder nur, der Compiler sicherzustellen, dass Sie das Richtige machen, was von Ihnen oder von anderen Programmierern dann vorgesehen wurde, oder dass irgendwann gesagt wird, so ab hier ist keine weitere Überschreibung mehr möglich, weil ich an einer Stelle angekommen bin, wo ich nicht spezieller werden möchte. Ein kleiner Hinweis. Die Virtual-Spezifikation kostet Geschwindigkeit und Speicher. Und daher sollte die nicht auf Verdacht eingewendet werden. Warum kostet sie Geschwindigkeit und Speicher? Weil ich diese V-Table anlegen muss, das ist der Speicherteil, und darauf verweisen muss in jeder Instanz. Das heißt, es ist schon mal auf jeden Fall ein Zeiger mehr nötig, der in jeder Instanz abgelegt werden muss, weil sonst komme ich ja nicht zur V-Table. Und zusätzlich muss ich bei jedem Funktionsaufruf nachgucken, wo ich denn überhaupt hin muss. Und da wird jetzt salopp immer gesagt, das Laufzeitsystem entscheidet, wo ich hin muss. Da sind wir bei C++, aber dennoch sehr, sehr schnell, denn es ist kein Laufzeitsystem dazwischen. Das ist tatsächlich compilerseitig so verdrahtet, dass zur Laufzeit entschieden werden kann, wo ich hin muss. Und das funktioniert einfach durch, ich glaube, es sind zwei Sprünge, die zusätzlich gemacht werden beim Funktionsaufruf. Das ist nichts, wo ich nachgucke oder wo irgendein System tatsächlich nachgucken, nachschlagen oder irgendwas suchen muss. Es ist mit zwei Sprüngen getan und wer da mal nachgucken möchte, kann sich das gerne im Assembler-Code mal angucken. Das ist wirklich sehr, sehr lehrreich, da rein zu gucken. Deshalb, es kostet etwas Geschwindigkeit. Es gibt aber Situationen, da macht sich das durchaus deutlich bemerkbar und da können diese beiden Sprünge dann doch zu viel des Guten sein. Aber die sind wirklich rar nachher, da müssen Sie wirklich sehr, sehr, sehr auf Performance trimmen, Ihren Code, wenn Sie das vermeiden wollen. Ist aber sicherlich nicht Thema dieses Semesters hier. Aber dennoch nicht einfach auf Verdacht verwenden, denn es macht sich bemerkbar. Aber verwenden Sie es ruhig da, wo Sie es gebrauchen können und versuchen Sie sich nicht krumm zu legen, es auf Biegen und Brechen zu vermeiden und mit anderen Methoden oder anderen Mitteln zu erschlagen, was Sie mit Laufzeitpolymorphie erreichen können. Wir müssen uns noch über virtuelle Destruktoren unterhalten und die benötige ich tatsächlich auch schon in dem Beispiel, was wir hier gerade gemacht haben. Sie haben sich mit New, Foo-Instanzen, Bar-Instanzen und Barz-Instanzen angelegt, allerdings nur den Zeiger auf die Basisklasse gespeichert und zu jedem New gehörten Delete, das ist genau das gleiche wie zu jedem Melog und Free gehört, haben jetzt in dem Container aber nur Basisklassenzeiger und könnten dann ja auf die Idee kommen, dann wird ja auch nur die Basisklasse vernichtet. Ja, diese Aufräumarbeiten, dass die abgeleiteten Teile vernichtet werden, können möglicherweise nicht korrekt durchgeführt werden, wenn Sie nicht mit virtuellen Destruktoren arbeiten, wenn Sie sowas einsetzen, also wenn Sie tatsächlich virtuelle Funktionen und Laufzeitpolymorphie einsetzen und alles dann in einem Container auf Basisklassenzeiger speichern wollen. Gucken wir uns die Klassenhierarchie, die wir hatten, für den Fall ohne virtuellen Destruktor an. Wir haben die Klasse Foo mit der Printmethode, wir haben die Klasse Bar mit der Printmethode und haben einmal jetzt einen Destruktor selbst implementiert, der bei Foo einfach nur sagt, ich bin der Foo-Destruktor und der in der Klasse Bar einfach nur sagt, ich bin der Bar-Destruktor. Im Prinzip ist, glaube ich, klar. Was wir jetzt machen, ist uns ein New Foo und ein New Bar anzulegen, die jetzt nicht in den Container zu packen, aber die auch nur als Basisklassenzeiger zu speichern und dann von Hand zu sagen, jetzt vernichten wir die. Das ist genau das Gleiche, was nachher vielleicht passieren würde, wenn Sie die tatsächlich dann einmal aus dem Container abbauen. Nicht, wenn Sie den Container abbauen, sondern wenn Sie den Container noch einmal entlang gehen und jedes Mal sagen, okay, Delete. Was wird die Ausgabe sein? Nochmal zur Erinnerung. Foo hat ja gesagt, ich bin der Foo-Destruktor, der Bar-Destruktor hat gesagt, ich bin der Bar-Destruktor. Bei dem Delete-F, wenig verwunderlich, ich bin der Foo-Destruktor. Beim Delete-B auch, ich bin der Foo-Destruktor. Warum? Naja, ich habe ja nur den Zeiger auf Foo. Und mit der Laufzeitpolymorphie kann das hier ja nicht klappen, weil er nicht virtuell ist. Es wird also nicht der Bar-Destruktor aufgerufen, hier in dem Beispiel. Nun die Klassenhierarchie mit virtuellem Destruktor. Was ist dazugekommen? Ja, wie bei den virtuellen Methoden, lediglich hier das Virtual vor dem Destruktor. Hier auch nochmal wiederholt. Unnötig, aber hier nochmal wiederholt. Das ist möglich. Und das Override, weil ja der Destruktor hier überschrieben wird und da der Compiler nochmal drauf aufpassen kann, dass ich das richtig mache. Was sehe ich jetzt? Gleiches Spiel. Foo und Bar wird angelegt, als Basisklassenzeiger gespeichert und von Hand kaputt gemacht. Na klar, ich sehe den Fu-Destruktor. Und dadurch, dass es jetzt virtuell ist, wird ja nachgeguckt in der V-Table, wo muss ich hin? Nein, es wird nicht nachgeguckt. Es wird zweimal gesprungen und ich komme im richtigen Destruktor an. Und ich kriege an der Stelle hier den Bar-Destruktor. Und jetzt habe ich aber trotzdem den Fall, oder jetzt habe ich einen ähnlichen Fall wie bei den Konstruktoren, dass ich sage, ich muss aus dem Konstruktor in den Basisklassenkonstruktor, um da Werte weiterzugeben. Genau das Gleiche passiert mit den Destruktoren automatisch. Hier an der Stelle, wenn ich im Bar-Destruktor bin und mit dem fertig bin, wird auch die Basisklasse automatisch abgebaut. Das heißt, ich kriege dann trotzdem noch meinen Fu-Destruktor. Aber wichtiger Punkt erstmal, der Bar-Destruktor wird ausgeführt und kann Aufräumarbeiten durchführen, was vorher nicht der Fall war. Dann müssen wir uns noch über abstrakte Klassen unterhalten. Aber wir machen das mit einem Beispiel. Wir haben eine Display-Funktion, die steht jetzt nicht in einer Klasse. Die übernimmt einen Zeiger auf ein Printable und ruft dessen Print-Methode auf. Ja, über den Zeiger, aber so ruft dessen Print-Methode auf. Dabei verlässt sich Display darauf, dass das per Zeiger übergebene Objekt das Interface Printable implementiert. Und was bedeutet das? Hier mehr auf das Beispiel bezogen, dass es eine Print-Methode gibt. Darauf verlässt sich Display, weil es ruft ihr auf. Und das kann ich jetzt garantieren, indem ich mit abstrakten Klassen arbeite. Dass das da ist, kann ich garantieren, indem ich mit abstrakten Klassen arbeite. Genau, das lässt sich nämlich, das was ich hier dahinter stecken habe, so ein Interface, allgemeines Konzept oder wie auch immer Sie das nennen wollen, lässt sich eben über abstrakte Klassen darstellen. Wie funktioniert das? Ich lege mir eine Klasse Printable an, die die Methode Print enthält. Und jetzt ist die Frage, will ich tatsächlich Printables anlegen? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte durch Printable lediglich dieses Konzept darstellen. Ich werde ja kein Ding haben, was druckbar, kein druckbares Ding an sich anlegen wollen. Ich werde ja ein spezielles druckbares Ding anlegen wollen, was ich aber durchaus hier reinstecken kann, weil hatten wir ja vorher, Basisklassenzeiger kann ich verwenden. Aber dennoch muss es dieses Konzept irgendwo geben und C++ kann mir dabei helfen, mich an dieses Konzept zu halten. Printable, die Klasse Printable, sagt nämlich, dass es eine Funktion Print gibt, eine Methode Print gibt, die ist virtuell, kann also überschrieben werden, funktioniert also mit Laufzeitpolymorphie. Hier hinten schreibe ich jetzt aber ein gleich Null hin. Das bedeutet nachher, dass ich eine Implementierung erzwinge und das macht es zu einer abstrakten Klasse. Warum? Weil ich eine rein virtuelle Funktion angelegt habe. Eine Member-Funktion, die mit Pure-Spezifikationen angelegt wurde, heißt rein virtuelle Funktionen. Sie ist mit dem Spezifizierer gleich Null deklariert. Wichtig dabei, der Pure-Spezifizierer darf nicht bei der Funktionsdefinition stehen, er darf nur an der Deklaration stehen. Die Definition muss dann separat erfolgen. Das heißt, auch da können Sie es nicht in einer Zeile inline machen, für die, die das schon mal gemacht haben. Sie brauchen eine separate Definition. Und wenn wir über rein virtuelle Funktionen reden, reden wir automatisch auch über abstrakte Klassen. Und das ist eine Klasse mit mindestens einer rein virtuellen Funktion. Aus einer abstrakten Klasse kann dann keine Instanz erstellt werden. Warum nicht? Weil die lediglich ein Konzept vorgibt, an mindestens einer Stelle. Und das Konzept muss aber implementiert werden. In einer von einer abstrakten Klasse abgeleiteten Klasse muss deshalb zu jeder rein virtuellen Funktion, genauer zu jedem rein virtuellen Funktionsprototypen, eine Definition existieren. Die kann dann allerdings durchaus geerbt werden, wenn sie einmal da war, damit aus dieser Klasse dann Instanzen erzeugt werden können. Konzepte kann ich beschreiben, eben über rein virtuelle Funktionen und abstrakte Klassen. Ich muss diese Konzepte aber implementieren, damit ich Objekte habe, die diese Konzepte dann auch implementieren. Denn Konzept kann ich nicht anfassen. In dem Sinne. Eine abstrakte Klasse kann selber jetzt jedoch eine Definition einer rein virtuellen Funktion bereitstellen. Das heißt aber nicht, dass ich dann aus dieser abstrakten Klasse ein Objekt machen kann. Ich kann daraus immer noch keine Instanz erstellen. Dennoch kann mir die abstrakte Klasse eine Definition bereitstellen. Warum ist das wichtig? Weil ich ja durchaus Basisklassenmethoden aufrufen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Konzept eine Basisfunktionalität bereitstellt, die ich nutzen kann in den abgeleiteten Klassen. Was mir aber noch nicht das Recht gibt, daraus dann tatsächlich aus dem Konzept tatsächlich eine Instanz zu erstellen. Nochmal wichtig wird es bei den Destruktoren, nämlich ein Pure Virtual Destructor, der muss eine Definition besitzen. Auch da wieder, warum muss er die besitzen? Weil er automatisch nach dem Aufruf des abgeleiteten Destruktors aufgerufen wird. Das haben wir ja gerade gesehen. Der Bar-Destruktor wurde aufgerufen, hat sich gemeldet, hey, ich bin der Bar-Destruktor. Und unmittelbar danach hat der Fu-Destruktor gesagt, jo, ich bin auch noch da. Und damit das funktioniert, muss ein Pure Virtual Destructor, wenn ich den dann habe, tatsächlich selber eine Definition bereitstellen. Ansonsten geht es wieder nicht. Ansonsten ist da kein Destruktor, den ich aufrufen kann und dann fehlt dem Linker nachher spätestens ein Symbol. So, und dann das Letzte noch. Abstrakte Klassen dienen oft als oberste Basisklasse einer Klassenhierarchie, weil die dann tatsächlich das Interface für den Basisfall, für den generellen Fall vorgeben, was dann diese Klassenhierarchie nachher implementiert in all ihren Spezialfällen. Hier nochmal ein Code-Beispiel dazu. Wir hatten die Klassen Fu, Bar und Bar. Jetzt nehmen wir nur noch die Klassen Fu und Bar. Wie Sie sich erinnern, hatten die ja alle eine Print-Methode. Die wurde geerbt, im Fall von Bar, eigentlich von Fu. Jetzt haben wir das Konzept Printable eingeführt. Hier in dem Beispiel, und dann nehmen wir das hier auch mit auf. Und dann kann eigentlich Fu auch schon direkt von Printable ableiten. Printable sagt lediglich, die Klassen, die davon ableiten, haben eine Print-Methode und müssen dafür eine Implementierung anbieten, wenn ich Objekte erstelle. Das macht Fu. Fu hat eine Print-Methode, implementiert die auch, haben wir alles gesehen. Aber hier wäre jetzt die Klassenhierarchie etwas kompletter. Printable ist das Konzept. Das Interface, wie auch immer Sie das nennen wollen, steht ganz oben. Und davon der erste Spezialfall oder die erste Konkretisierung ist dann tatsächlich Fu, aus dem Sie Instanzen erstellen können. So, und damit können wir das dann natürlich in eine Display-Methode oder in eine Display-Funktion reinstecken. Das, was wir aus Fu oder aus Bar erzeugt haben, können uns mit dem, was wir gerade alles gesehen haben, natürlich die Fu- und die Bar-Instanzen in einen Fu-Container reinpacken und uns das dann hier ausgeben. Jetzt werden Sie sagen, warum denn hier in einen Fu-Container? Er hätte doch das alles auch in einen Printable-Container reinlegen können. Ja, hätte ich hierfür. Aber in den meisten Fällen möchte ich doch eigentlich über vielleicht dann doch das speziellere Konzept oder das speziellere Ding Fu reden. Ja, was dann auch automatisch Printable ist, deshalb kann ich es hier ausgeben. Aber darunter kommt sicherlich was, was es dann nur in Fu gibt, was es dann nicht in Printable gibt. Und wenn wir dann wieder an die Mehrfachvererbung gehen, wo ich gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier diese Konzepte Printable, vielleicht auch noch Sortable oder Writable oder Storable oder was auch immer, eignen sich oder sind eine wunderbare Rechtfertigung an der Stelle für Mehrfachvererbung, wo das dann durchaus geht, wo ich durchaus mehrere Konzepte einbinden kann und garantieren kann, dass es die gibt, um dann beispielsweise zu sagen, naja, einen Studenten kann ich drucken auf ein Blatt Papier, auf einen Bildschirm. Kann ich aber auch eine Datenbank ablegen, dann ist es storable. Und all das kann ich da durchaus mit reinbringen und dann habe ich da einen Punkt, wo ich wieder sagen kann, ja, Mehrfachvererbung ist dann doch gerechtfertigt und relativ gut handelbar, ohne die Probleme, die mir das dann in der Regel einhandelt. Was haben wir uns angeguckt in diesem Teil zur Vererbung, der jetzt dann doch etwas länger geworden ist insgesamt? Wir haben einen Blick auf virtuelle Methoden geworfen und damit dann auf Laufzeitpolymorphie. Denken Sie daran, dass Sie einen virtuellen Destruktor brauchen, wenn Sie Freispeicherverwaltung machen und sich nur noch über Basisklassenzeiger kümmern. Wenn Sie das nicht machen, könnten Sie es unter den Tisch fallen lassen. Da kommt dann aber wieder der Punkt, dass Ihr Code ja durchaus auch wiederverwendbar sein soll. Und wenn Sie es nicht direkt von Anfang an vorsehen, dass es einen virtuellen Destruktor gibt, wird da irgendwann jemand drüber stolpern, der Ihren Code wiederverwendet. Und oft sind Sie es auch selber. Von daher gucken Sie, dass das mit den virtuellen Destruktoren dann auch direkt mit dabei ist. Da haben Sie nichts verloren, sondern relativ viel nachher in Richtung von Wiederverwendbarkeit gewonnen. Und schlussendlich haben wir uns über abstrakte Klassen und dann so etwas wie Konzepte, Interfaces etc. unterhalten, uns über den Pure-Spezifizierer unterhalten und damit dann eben auch über Pure-Virtual-Methoden, die notwendig sind, damit es dann eine abstrakte Klasse ist. Oder umgekehrt, in dem Moment, wo ich eine Pure-Virtual-Methode in einer Klasse habe, ist sie abstrakt und ich kann keine Instanzen von erstellen. Da haben wir aber alles besprochen. инкиproquel Tommy cache gerät 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 gerät